Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial. Heute schauen wir uns mal eine AFK-Fischfarm an, die auch in der 1.16 Version noch funktioniert, denn ab der 1.16 Version wurden ja leider die Angelmechaniken im Spiel ein bisschen geändert, deswegen funktionieren die alten sehr guten und auch einfach zu bauenden Farmen nicht mehr. Wir müssen jetzt leider eine etwas kompliziertere Farm bauen, die aber gar nicht so kompliziert ist, aber die andere war eben sehr sehr einfach und die hier ist jetzt immer noch einfach, aber im Vergleich natürlich etwas schwieriger. Außerdem sind die leider nicht mehr so effizient wie früher, aber es ist immer noch eine sehr gute Quelle, um eben an seltene Items zu kommen wie verzauberte Bücher oder eben ganz viele Fische, wenn ihr das möchtet, Settel und so weiter. Hier seht ihr jetzt einmal eingeblendet die ganzen Items, die wir für diese Farm benötigen. Die Baublöcke könnt ihr euch natürlich selber überlegen, je nachdem womit ihr bauen möchtet. Ich benutze im Video jetzt bunte Blöcke, einfach nur damit das ein bisschen anschaulicher ist im Endeffekt, aber ihr könnt genauso gut Kobbelzonen oder Dirt benutzen oder Holz, was auch immer ihr möchtet. Um diese Farm zu bauen, bauen wir zunächst einmal ein Wasserbecken. Dieses muss fünf mal fünf Blöcke groß sein und zwei Blöcke tief. Das bedeutet, wir bauen hier einmal eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke ab. Jetzt haben wir fünf Blöcke lang schon mal und dann nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke in die andere Richtung. Dann entfernen wir die ganzen Blöcke, die dazwischen sind und wie gesagt zwei Blöcke tief. Das bedeutet, wir machen das Ganze noch eine Ebene tiefer. Sollte dann im Endeffekt so ungefähr aussehen und das ist eben der Kernpunkt von dieser ganzen neuen Farm. Ab der 1.16-Version braucht man nämlich mehr Platz im Wasser, um auch angeln zu können und man kann nicht nur einen einzigen Wasserblock nutzen, sondern man braucht eben mehr Wasserblöcke einfach, damit das Angeln funktioniert. Als nächstes suchen wir uns dann eine Seite aus, wo die Items quasi hin sollen. Ich nehme einfach mal diese Seite hier und dann machen wir dann drei Blöcke erstmal weg und platzieren dann hier nochmal zwei Blöcke weg und dann kommt hier in die Ecke einmal die Kiste und diese Kiste, da werden wir jetzt Hopper anschließen. Das bedeutet Shift und Rechtsklick, damit wir hier zwei Hopper einmal haben und dann kommen noch drei Hopper oben drauf. Das bedeutet eins, zwei, drei und immer wichtig, dass das Rohr vom Hopper Richtung Kiste zeigt. Nur so werden dann auch die Items tatsächlich eingesammelt, wenn die einen Hopper quasi berühren und das ist jetzt im Endeffekt die Kiste, wo dann später eure ganzen Items rein können. Das bedeutet, ihr könnt hier hinten einfach so eine kleine Treppe bauen und die Kiste vielleicht auch zur Doppelkiste machen, damit ihr halt ein bisschen mehr Platz habt. Ihr könnt natürlich aber auch ein großes Lager hier unten hinbauen, je nachdem wie ihr möchtet, aber eine Doppelkiste sollte erstmal reichen. Als nächstes platzieren wir dann hinter dem Hopper eine Blocklinie, die drei Blöcke lang ist. Das bedeutet hinter dem Hopper und links und rechts jeweils einen Block und dann nochmal zwei Reihen oben drauf, dass wir insgesamt so eine dreimal drei große Mauer haben. Die wird später die Items davon abhalten, irgendwo anders hinzufliegen, weil hier werden wir später draufstehen und quasi angeln. Als nächstes können wir dann auch direkt hier das Wasser schon mal hinein platzieren. So, erst am besten die unterste Schicht und danach könnt ihr die zweite Schicht machen, so in etwa. Dann sollte hier überall ganz normales stilles Wasser sein und das ist jetzt auch groß genug, um tatsächlich angeln zu können. Als nächstes kümmern wir uns jetzt um die Redstone Technik, wobei wir da erstmal mit den Plattformen anfangen. Ich benutze jetzt hier einmal für die rechte Seite grün und für die linke Seite dann gelbe im Endeffekt, aber das ist wie gesagt eigentlich egal welchen Block ihr hier benutzt. Das benutze ich jetzt nur damit es ein bisschen kenntlicher ist. So, bei der rechten Seite machen wir es jetzt so, dass wir zunächst einmal zwei Blöcke in diese Richtung platzieren, so schräg über dieser Mauer und dann nochmal einen da drunter und das muss jetzt insgesamt fünf Blöcke lang sein. Eine Reihe Blöcke haben wir schon, das bedeutet zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe und fünfte Reihe. Sollte dann ungefähr so aussehen. Hier vorne machen wir dann nochmal einen extra Block hin, da kommt später ein Schalter ran und hier hinten machen wir das Ganze nochmal ein paar Blöcke weiter. Das bedeutet einen Block so und einen Block dann schräg nach oben und dann platzieren wir hier auch nochmal zwei Blöcke und so ist dann eigentlich schon die ganze rechte Seite fertig. Ich fliege nochmal ein bisschen rum, damit ihr das von jeder Seite mal gesehen habt, falls ihr das eben braucht. Als nächstes platzieren wir dann die andere Seite und zwar machen wir das sehr ähnlich, nur dass es hier einmal zwei Blöcke so sind und dann auch hier unten zwei Blöcke. So sollte das aussehen und das Ganze ist nicht fünf Blöcke lang, sondern nur vier Blöcke lang. Die erste Reihe haben wir schon, dann haben wir die zweite, die dritte und die vierte. Sollte dann so aussehen. Hier oben platzieren wir dann nochmal zwei Blöcke und füllen dann diesen Platz hier einmal aus, sodass das Ganze dann im Endeffekt so aussieht. Hier vorne kommt dann auch nochmal ein Block hin, damit das Ganze dann so aussieht. Ich sage ein bisschen aufgehört, dass das Ganze so aussieht, aber das denke ich nicht so schlimm. Als nächstes platzieren wir dann hier nochmal einen Block, der einen Block höher ist. Daneben kommt ein Glasblock. Hier neben kommt dann später ein Piston, den lassen wir erstmal weg und platzieren dann einen Block drüber. Und dann kommt hier noch ein Block hin und noch ein Block daneben. Das Ganze ist jetzt eigentlich im Prinzip schon fertig. Hier vorne können wir auch nochmal einen Block hin machen. Den brauchen wir später, damit das Redstone sich nicht verbindet. Und dann können wir hierhin auch schon den Notenblock platzieren. Der kommt nämlich hier hin. Das bedeutet, hier, ihr könnt auch was runterstellen. Theoretisch ist nicht so schlimm. Und dagegen kommt dann noch mit Shift und Rechtsklick auch wieder eine Eisen-Falltür, die gegen diesen Block ist. Das ist wichtig, dass das auf derselben Ebene ist. Und dann auf der Oberseite und nicht auf der Unterseite. Das wäre ein bisschen blöd. Damit hätten wir das alles soweit schon fertig. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist eben der Redstone-Tie. Auch der Redstone-Tie ist im Prinzip sehr simpel. Wir fangen mal mit den einfachen Sachen an. Und zwar platzieren wir, wie eben schon erwähnt, hier unten erstmal einen Sticky-Piston, also einen klebrigen Kolben, der nach oben zeigt. Der wird also diesen Block hier einmal hoch und dann wieder runter schieben. Und dann platzieren wir noch einen, und zwar hier vorne schräge. Der muss dann so ungefähr aussehen. Und da dran kommt dann noch ein Observer-Block, der mit dem roten Punkt in die Richtung vom Notenblock zeigt. Und das Gesicht zeigt quasi dann zum Piston. Dann brauchen wir noch zwei Haken. Die hängen wir einmal hier hin und einmal hier hin. Und dazwischen kommt dann ein String. Und der wird später dafür sorgen, dass hier, wenn der Angelhaken durchfliegt, dann wird er das aktivieren. Und dann eine Redstone-Leitung aktivieren im Endeffekt. Und dann können wir hier vorne nochmal den Schalter anbauen. Und damit haben wir diese ganzen Blöcke schon mal verwendet. Und das Einzige, was jetzt noch kommt, ist ein bisschen Redstone-Verkabelung. Die ist aber auch relativ einfach. So platzieren wir hier oben erstmal zweimal Redstone. Dann kommt hier unten eine Redstone-Fackel. Dann kommt noch zweimal Redstone und dann kommt ein Repeater auf der maximalen Stufe. Das sind also vier Ticks, so gesehen. Das hier ist die erste Stufe. Die zweite Stufe sieht dann so aus. Die dritte so und die vierte dann so. Hier kommt dann noch zweimal Redstone hin. Dann nehmen wir Comparator. Davon platzieren wir drei so in diese Richtung und drei so in diese Richtung. Platzieren dann hier jeweils nochmal Redstone. Und hier vorne kommt nochmal ein Repeater. Ja, so damit hätten wir diese Seite auch schon fertig. Jetzt schauen wir uns die nächste Seite an. Und wie gesagt, hier soll das Ganze aktiviert werden durch die Tripwire-Hooks. Das bedeutet, hier oben muss ein Redstone hin. Und dann kommen hier jetzt Repeater, die alle auf der Maximalstufe sind. Das bedeutet, der hier ganz bis zum Ende. Der hier auch. Dann kommt zweimal Redstone. Dann kommt hier wieder... Oh, ne, hier, da kommt keiner hin. Hier kommt dann ganz normaler Redstone-Block hin. Hier kommt dann wieder einer hin. Ja, voilà, so. Dann kommt die zweimal Redstone hin. Dann wieder Repeater. Und hier hinten kommt dann wieder Redstone. Und hier seht ihr jetzt, damit sich diese beiden eben nicht verbinden, ist hier eben ein Block. Wenn der Block dann nicht wäre, würden die sich verbinden und das wäre nicht so gut. Deswegen, wie gesagt, muss da ein Block hin. Hier kommen dann wieder Repeater. Oh, das war der Stimmbuch, der gerade gekommen ist. Ist das schön? Endlich ist es soweit. Und hier vorne kommt dann nochmal ein Repeater gegen, der allerdings nicht geändert wird. Der ist auf der ganz normalen Stufe. Hier oben kommt dann ein ganz normaler Redstone-Block oder ein Redstone-Dust hin. Hier kommt dann wieder ein Repeater hin. Hier kommt noch ein Repeater hin. Und hier kommt dann noch ein ganz normaler Redstone hin. Und die sind hier auch nicht irgendwie weitergetickt, sondern auf der ganz ersten Stufe so gesehen. Und das wird jetzt dafür sorgen, wenn ich jetzt hier quasi reinspringe, beziehungsweise wenn irgendwann der Angelhaken kommt, dann seht ihr, kommt hier ein Redstone-Signal. Das geht dann hier einmal entlang. So, dauert eben ein bisschen. Das ist auch Sinn der Sache. Und dann wird einmal dieses Ding hier aktiviert, wobei wir das hier vielleicht doch lieber auf vier stellen. Dann ist das ein bisschen länger der Fall. Hier seht ihr jetzt nochmal das Redstone-Signal. Das müsste jetzt funktionieren, dass die Falltüte einmal runterklappt und eben auch ein bisschen länger unten ist. Wenn wir das nämlich auf diese Stufe stellen, dann wird die nur ganz kurz runtergeklappt. Und das könnte sogar zu kurz sein. Guckt mal, ja ihr seht, das geht sehr schnell. Deswegen machen wir den lieber auf den letzten Tick auch. Aber diese beiden bleiben, wie gesagt, auf dem anderen Tick. Das hier hinten ist übrigens im Prinzip eine Clock, die dann hin und wieder ein Redstone-Signal aussendet. Ich warte mal kurz. Ja, hier, jetzt seht ihr, es ist einmal aufgehört. Und dann ist es wieder da. Und das wird dann dafür sorgen, dass der Pissen einmal geschoben wird. Und dadurch wird dann hier so ein Redstone-Signal im Endeffekt zu der Eisenfalltür geschoben. Und dann geht sie einmal runter und klappt wieder hoch. Auch hier könnte man den theoretisch auf vier Stellen. Ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Wir schauen mal, dass das dann etwas länger unten ist, die Falltür. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang. Wir machen mal auf den zweiten. Im Prinzip ist es nicht so wichtig, aber ein bisschen besser ist es, denke ich, schon. Und für diese Clock ist übrigens auch der Schalter zuständig. Das bedeutet, wenn ich diesen Schalter jetzt nämlich umlege, dann ist das hier die ganze Zeit gepowert. Und der Pissen wird sich nicht hin und wieder hierhin schieben, sondern es bleibt jetzt einfach so. Falls ihr zu viele Lags in eurer Welt zum Beispiel habt, könnt ihr das machen, damit halt hier nicht unnötig viel Redstone dann aktiviert werden muss. Um diese Farm jetzt zu benutzen, schnappt ihr euch einfach eine Angel. Am besten verzaubert ihr die noch. Mending und Unbreaking würde ich hier auf jeden Fall verzaubern. Und dann je nachdem, was ihr angeln möchtet, könnt ihr entweder Glück des Meeres, also Luck of the Sea, oder Lure, also Köder, verzaubern. Köder ist dafür da, dass ihr mehr Fische im Endeffekt sammelt. Und Luck of the Sea sorgt dann dafür, dass ihr mehr Schätze sammelt, also verzauberte Bücher und so weiter. Und ich denke, die meisten werden das vor allem wegen Büchern zum Beispiel benutzen oder wegen Sätteln. Und nicht unbedingt wegen Fischen, aber wenn ihr, wie gesagt, Nahrungsprobleme habt, dann könnt ihr lieber Köder benutzen. Und dann stellt ihr euch hier auf diesen Trichter rauf und sneakt, also ihr schleicht quasi ganz bis nach vorne, bis es nicht mehr weiter geht. Guckt dann nach oben ungefähr auf die Mitte von diesem, auf dem, von dem Notenblock. Und dann müsst ihr einfach nur Rechtsklick gedrückt halten. Und irgendwann würde jetzt eben das Signal kommen, dass das Ding hier einmal runterklappt. Und dann werft ihr quasi eure Angel aus. Und dadurch wird dann das Ganze hier nochmal in Aktivierung gesetzt. Und dann könnt ihr es nochmal aufsammeln und so weiter und so weiter. Und dann funktioniert es halt im Endeffekt AFK. Wichtig ist natürlich, dass ihr den Schalter hier nach oben macht, damit das Ganze funktioniert. Das bedeutet, ich sneak jetzt hier bis ganz ans Ende. Guckt dann hier ungefähr in die Mitte. Halte Rechtsklick gedrückt. Und irgendwann müsste jetzt die Falltür runtergehen und dann wird die Angel ausgeworfen. Und dann seht ihr, der Haken fliegt da runter. Die Haken, also der Angelhaken, der fliegt runter. Die Haken vom Redstone werden aktiviert. Und dann wird irgendwann nochmal neu ausgeworfen. Eben jedes Mal, wenn hier die Eisenfalltür runterklappt, so gesehen. Und so funktioniert das Ganze jetzt AFK. Ihr könnt jetzt theoretisch hier ganz einfach rumstehen und würdet jetzt hier mit der Zeit eben die Items sammeln. Wie gesagt, das ist nicht mehr so effizient, wie es früher mal war, aber immer noch eine ganz gute Quelle. Und ihr müsst halt darauf achten, dass ihr hier immer diesen schwarzen Strich hier quasi seht. Denn ansonsten, es könnte auch sein, dass ihr irgendwie sowas hier macht. Und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht, sondern der Haken muss tatsächlich hier auch runterfallen. Deswegen müsst ihr genauso ungefähr auf die Mitte von dem Notenblock hier gucken, damit das Ganze auch funktioniert. So, dann fliegt der Haken da runter, ist tatsächlich dann auch im Wasser. Und nur so könnt ihr dann eben angeln. Und ja, es hat ein bisschen mit Glück zu tun, ob ihr was angelt oder nicht. Denn man hat hier immer nur ein kleines Zeitfenster. Aber wie gesagt, da kann man denke ich nichts dran machen. Wenn ihr eine bessere Farm habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde gerne noch mehr Videos dazu machen. Ansonsten, wenn ihr es hier geschaut habt, schreibt mal Hashtag Angeln in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und ja, wie gesagt, für die 1.15 und darunter gibt es noch andere Formen, die verlinkt ist. Die ist dann vielleicht ein bisschen besser. Bis zum nächsten Mal. Habt rein! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.